wieder da sehr schön denn noch mal was machst du wieder weiter mit dem anreden mister mich nervt das wenn ich da irgendwas nicht hinkriegt ja dann macht das mal und das spiel spielen bringt ja auch überhaupt nichts weil ich überhaupt keine quests habe so wie du oder zumindest check ich nicht wo die sein sollen ja doch die hast du schon hast am anfang wirst ja gefragt willst du den atlas weg folgen ja oder nein ja genau wenn du das bejaht hast ja kann gut sein kann gut sein normalerweise das kommt immer mal wieder unten rechts das steht ja nicht ständig ich habe jetzt auch da drin stehen weil sich den planeten verlassen soll aber das mache ich jetzt noch lange nicht da ist mir jetzt noch so gar nicht nach obwohl sie verdammt kalt ist die performance ist auch absolut geil von dem ding aber da kann ich jetzt nichts zu sagen ich 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 batzen gold so alleine wie lange das immer dauert bis das ding gestartet ist ja ein monat oder so so ein scheiß handy braucht immer eine ewigkeit finde ich früher so ein 3310 war immer flott an ja bevor da der akku leer war bist du auch schon da hat es das handy gar nicht mehr du hast aufgeladen als es gekauft hast und als es weggeschmissen hatte es immer noch zwei balken und drei heutzutage muss man in der powerbank rumrennen in der zeit in der zeit hast du das 20 mal runter geschmissen dadurch fünf die weg platten in der stadt zerstört das ist ein leser immer noch gut aus 30 kacheln in der küche ja so ist das komischen geschmackssinn und das ist einfach erdbeermilch und ich habe irgendeine flasche von euch geklaut ich habe das für nexus abgefüllt vielleicht und habe sie dann trotzdem selber wieder eingesteckt oder so kann sowas sein also ich habe meine erdbeermilch bekommen ja du musst ja von nexus sein wenn es denn erbemmlich ist keine ahnung das schmeckt anders als das was ich davor drin hatte und davor hatte ich erbemmlich drin bin ich jedenfalls der meinung aber manchmal spinnt man ja auch weißt du ja klar kennt man wenn du zu oft geschmeckt hast dann kommt dann irgendwann nicht mehr so gut man muss wieder warten aber ein anderes probieren hey er ist bei 99 prozent da ist noch eine viertelstunde dann ist er auf ach startet er immer noch oder mit naja 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 ok wenn dazu ist ne ja da habe ich mir whatsapp runter kann ich wenigstens die whatsapp links immer hier auf machen direkt ja es funktioniert aber auch nur wenn du dafür ne handy nummer hast wollte ich nicht hin da ist da jetzt schon nicht am arsch ey das system ist ab jetzt ist ja fertig ne jetzt steht das system ist ab nur bald bitte rebooten sie ja ok leck mich doch am arsch ey alter wie leicht es ist in dem ding nicht wo ähnlich jogos klatschen ja hin oder es lief die Junge 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 Ach geil das neue Video von Zweikampfsofa ist auch da Da bin ich doch bestimmt auch wieder mit drin Im ersten Video war ich schon drin Naja das guck ich mir gleich nochmal Mach das Hey ist schon wieder bei 81% Hey das geht ja voll ab Du sagst das dauert lange Der Hechte Er müsste sich hier Wegpunkte markieren können Das wäre super Na hilft da ja alles nix Ich muss irgendwie mal hier weg Das ist schon wieder voll Wegpunkte wären echt geil Aber ich glaube es tritt sowieso das ein Was ich mir gedacht habe Ey das spielst du ein paar Stunden und hast keinen Bock mehr Ja ist es bei dir schon so weit oder was Ja ein bisschen hätte ich noch Lust Aber es ist auf jeden Fall Nicht mal mehr die Hälfte Von dem was es vor zwei Tagen war Na ja Klingt ja jetzt nicht so berauschend Klingt ja jetzt nicht so berauschend Na dann 1. 2. 2. 3. 4. 7. 10. 10. 11. 11. 13. 15. 15. 15. 16. 20. 21. 21. 20. Ja, da bist du ja wieder. Ich habe langsam keinen Bock mehr auf den Scheiß. Dein Millionen Raumschiff, wie viele Plätze hat das? Keine Ahnung. Guck gleich mal, weil ich mache jetzt definitiv nicht weiter mit dem Scheiß hier. Achso, warte erstmal den Ton umstellen. Oh, alle ist mir doch scheißegal, wer was spielt. Jetzt hör doch mal auf damit. Also, du kannst knicken. Ja, würde ich mal so behaupten, ne? Ach, Nomad Sky funktioniert jetzt auch nicht mehr, oder? Nö, anscheinend nicht. Noch mal starten. Und wieder weg. Echt? Nö, funktioniert nicht mehr. Das mit dem Android Scheiße alles kaputt gemacht. Nö, keine Chance. Okay, also auch deinstallieren. Keine Ahnung, 25 oder so. Oder es ist 24, glaube ich. Oh, okay. Vielleicht habe ich hier Glück und der Spielstand ist in der Cloud gespeichert. Ja, wird immer in der Cloud gespeichert. Weil wenn der Spielstand auch weg ist, wenn ich das neu installiert habe, dann habe ich definitiv keinen Bock mehr darauf. Ne, ne, ist keiner Cloud. Das auf jeden Fall. Geil. So, hat euch den Nox Player Scheiße da mal weg gemacht? Mal gucken, kann ich das Spiel erst starten? Ja. Was passiert denn? Schließt dich einfach direkt wieder, oder was? Ja. Wenn ich hierüber aufs Spiel gehe, was dann? Auch wieder weg. Alter Schwede, ey. Also tatsächlich deinstallieren. Vielleicht ist es hier irgendwo gut finde.